Guten Tag, du hast einen Traum. Hallo, ich bin Maike Köster. Ich bin Literistin und Sängerin und ich schreibe meine eigenen Texte und Songs. Bei einigen Stücken setze ich Effekte wie eine Loopstation oder ein Wawa-Pedal ein. Ich spiele mit zwei unterschiedlich gestimmten Gitarren und ich gebe Solo-Konzerte oder spiele in verschiedenen Duo-Besetzungen oder Trio-Besetzungen. Oder sogar zu viert mit Schlagzeug, Bass, Klavier und mir an den Gitarren. Früher habe ich fast nur englische Texte geschrieben, weil ich diese Sprache einfach liebe als musikalische Sprache und über viele Jahre auch immer mal wieder in den USA gespielt habe. Inzwischen habe ich aber auch auf Deutsch meine musikalische Sprache gefunden. Aber natürlich mag ich meine englischen Songs auch noch und habe einige davon noch im Programm. Das Publikum mag diese Abwechslung, glaube ich, auch. Ich habe das große Glück, dass ich mit sehr vielseitigen Musikern zusammenspielen darf. Sowohl Christian Prescher an den Drums als auch Helge Adam am Piano begleiten einige Songs von mir am Bass. Und ich, es ist wirklich so schwer, Entschuldigung zu sagen... An Auftritten mit anderen Musikern oder Musikerinnen liebe ich die Interaktion mit ihnen. Diese besondere Dynamik, die man nicht wirklich planen kann. Und bei allen Konzerten liebe ich die Interaktion mit dem Publikum. Den Spaß, das Gemeinsame, dieser Energieaustausch, der, ich glaube, uns alle noch lange nach dem Konzert trägt und beseelt. Das Tolle ist, dass man es sonst einfach in jeder Besetzung funktionieren. Ja, und ich glaube auch begeistern können. Also, ich bin einfach gerne auf der Bühne. Und ich glaube, dass Live-Konzerte in schöner Atmosphäre einfach sowas wie lebenswichtig sind für uns alle, oder? Dass ihr scheint, dass ihr leuchtet, dass ihr wisst, was uns bedeutet. Applaus 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 Vielen Dank.